Frank William Abagnale Jr. ist ein ehemaliger, gegen Ende der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre aktiver US-amerikanischer Hochstapler und Scheckbetrüger. Heute ist er mit seinem Unternehmen Abagnale Associates vor allem in Sachen Scheckbetrug und Dokumentenfälschung als Berater diverser Kreditinstitute, Fluglinien, Hotels und anderer Unternehmen tätig. Und du kennst ihn auch? Guckst du nach dem Intro? Abagnales Leben wurde unter seiner Mithilfe von Stan Redding in einem Roman veröffentlicht und unter dem Titel Catch Me If You Can von Steven Spielberg verfilmt, an dessen Drehbuch er ebenfalls mitwirkte. Seine Rolle spielte Leonardo DiCaprio, seinen fiktiven Gegenspieler Carl Henretti vom FBI verkörperte Tom Hanks. Abagnales hat in dem Film einen Cameo-Auftritt und spielt in einer kurzen Szene den französischen Polizisten, der ihn schließlich an Heiligabend in Mont-Richard verhaftet. Zudem wurde auf Grundlage seiner Biografie das Musical Catch Me If You Can ins Leben gerufen, das 2011 mit Aaron Dwight in der Rolle von Abagnales Premiere feierte. Abagnales Vater baute nach dem Zweiten Weltkrieg ein recht profitables Schreibwarengeschäft in der Madison Avenue in New York City auf. Der junge Frank hatte zu seinem Vater ein besonders inniges Verhältnis und lebte nach der Trennung der Eltern und späteren Scheidung zunächst mit diesem zusammen, wurde dann aber wieder in die Obhut seiner Mutter gegeben, als herauskam, dass er über Monate Benzinschecks seines Vaters dazu benutzt hatte, um an Bargeld zu kommen. Die Scheidung der Eltern und der Zusammenbruch des Geschäfts des Vaters führten dann dazu, dass Frank 1964 mit einem Scheckbuch und 200 US-Dollar auf dem Konto nach New York City zog, um dort sein Glück zu versuchen. Dort musste er Bagnale erkennen, dass er ohne Schulabschluss und mit einem Stundenlohn von einem Dollar 50 nicht das Leben führen konnte, das er sich vorstellte. Nachdem er in seinem Führerschein sein Geburtsdatum um zehn Jahre zurückdatiert hatte, eröffnete er ein Girokonto, um an Blankoschecks zu kommen, die er ungedeckt in Bargeld umtauschen wollte. Zur Steigerung seiner Glaubwürdigkeit gab er sich als Co-Pilot der PNM aus, da dieser Beruf nach seiner Erfahrung in der Gesellschaft hohes Ansehen genoss. Unter dem Pseudonym Frank Williams perfektionierte er Bagnale seine Rolle als PNM-Pilot, indem er sich mit den internen Abläufen im Luftfahrtunternehmen vertraut machte. Dazu gehörte auch der kostenlose Transfer von fliegendem Personal zu anderen Flughäfen, um dort den Dienst antreten zu können. Er Bagnale, der mittlerweile vom FBI als Scheckbetrüger gesucht wurde, nutzte diese sogenannten Deadhead-Flüge, um seinen Aktionsradius über New York hinaus auszudehnen und seinen Verfolgern zu entkommen. Er flog dabei aus Angst vor Entlarvung nie mit PNM selbst, sondern nutzte andere Fluggesellschaften. Nachdem seine Identität bei einem dieser Flüge trotzdem beinahe enttarnt worden wäre, tauchte er für einige Zeit unter. Er arbeitete unter anderem als Arzt und Rechtsanwalt, allerdings ohne großen Verantwortungsbereich. Zudem behauptete er Bagnale, dass er ein Semester lang als Assistent für Soziologie an der Brigham Young University unter dem Namen Frank Edems gearbeitet hätte. Die Brigham Young University bestreitet diese Behauptung jedoch. Noch vor seinem 21. Lebensjahr hatte er als Hochstapler in allen 50 Bundesstaaten der USA sowie in 26 weiteren Ländern einen Schaden von insgesamt rund 2,5 Millionen US-Dollar verursacht. Mit dem Geld finanzierte er vor allem seinen hohen Lebensstandard. Nachdem er Bagnale 1969 in Frankreich verhaftet worden war, lieferte man ihn nach einer Haft im französischen Perpino nach Schweden aus, wo er in einem Gefängnis in Malmö einsaß. Schließlich wurde er Bagnale in die USA ausgeliefert und zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem er fünf Jahre abgesessen hatte, bot ihm 1974 die US-amerikanische Regierung jedoch die vorzeitige Freilassung gegen die Preisgabe seiner Kenntnisse an. Indem er seine Fähigkeiten unter anderem zugunsten des FBI in eine legale Richtung lenkte, wurde er Bagnale einer der bekanntesten Sachverständigen der USA. 1977 trat er in der amerikanischen Version der Quiz-Sendung Sagt die Wahrheit auf, zusammen mit zwei weiteren Kandidaten, es sollte erraten werden, bei wem es sich um den echten Frank Bagnale handelte. Anderslautenden Darstellungen zum Trotz stand Bagnale nie auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen und behauptet dies auch nicht. Vielleicht hast du ja Lust bekommen, dir den Film mit Leo anzusehen, ich fand ihn ganz gut. Ich hoffe du findest dieses Video ganz gut und folgst mir für weitere. Ich würde mich freuen und sage Servus bis zum nächsten Video.